Also ich habe mir das angeguckt, Karlmund und Hormann. Also, da gehört ja für Karl schon sehr viel dazu. Gut, da hat ja sagt, er ist Fußball beglaubt, dass er sich mit ihm lieber über Fußball unterhält. Aber gerade mit dem Hormann, als wenn ich Karl wäre, da hätte ich mich mit ihm über das Essen, über die besten Kneippen auf dieser Welt unterhalten, dann hätte ich mal, weil ich warst, weil ich heute Essen kann, wenn ich stehe in die Idee.